Peter Vielen Dank! Ist das schon getragen? Soll ich es behalten? Unbeschreiben? Dich abwischen? Du willst mein Ticket? Ich hab mir gar keine Sache. Er gibt mir das Hemd. So geht's. Nein. Aber nur wenn ihr versprengt, dass ihr nicht filmt. Aber Spaß geht mir leider nicht. Oh, tut mir leid. Ich bin grad nicht fertig. Ich hab ein bisschen Schäf. Oder? Guck mal. Ich zieh einfach die Hose. Das geht halt so gut an. Wenn man mit mir irgendwie den Scheiß zusammen macht. Also aus dem Eindruck, wenn man Wahrheit ist, der Film spielt sich wirklich raus. Das glaubt ihr doch, es wird doch kalt. Die Mütze zurück machen, oder? Ich hab mir schon gedacht, warum schmeißt du denn überhaupt? Ich versteh dich nicht. Andi auch! Jetzt darf ich nochmal kurz hier. Habt ihr auch gemacht. Boah! Das ist das Herz. 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 Mit einem Nächsten hat er von der Hand. Oh Gott. Hab ich das da wirklich getan? Das ist das Herz. Das ist das Herz. Das ist das Herz. Ganz kurz zum nächsten Song. Kommt ja. Ja, bevor sie mich auch noch so Konzepte bringen, das ist mir total egal. Das spiel ich weg. Also, den nächsten Song, den haben wir auch, und ich, haben unser liebes Urlaub auf der Joppe. So war ich spät. Morgens. Brauch ich die Schule? Nein, ich kann mich auch beruhigen. 2.12. Hast du mal alles angehört, oder? Ja, nein. Aber dafür meinen, dass das alles gut ist. Das ist ja alles gut. Ein ordentlicher Applaus für mich. Hoi! Hoi! Auf jeden Fall Hoi. So, das ist der nächste Song. Wir waren also auf Mallorca. Wir lagen das auf dem Pool. Wir haben das Radio gehört. Und dann schlagen die seinen Namen so mit mir. Und wir haben ihn aufgeschnackt, wie... ein kleines Kind. Eine Feder wie von... Ja, ja, ja. Aber jedenfalls... Warte auf uns. Ich muss mal ganz kurz reden, worum es in dem Song geht. Das ist eigentlich ganz einfach. Eine Frau? Eine Frau? Oder irgendwie... Anscheinend sehr begernswert ist. Und heißt deswegen... Nuthier. Deswegen haben wir auch so einen vorderen Namen gegeben, ja? Nuthier. Nicht einfach Nuthier oder Nussier. Nuthier. Ich würde gerne Nuthier singen, bitte. In der ersten Reihe nicht so, weil das würde ich gucken immer nicht. Ja? Nein? Ich hätte keinen Ansatz auch. Okay! Viel Spaß, mein Nuthier! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020